Hi, schön dich kennenzulernen. Hi, ich bringe Nachschub. Los geht es mit dem sogenannten Hächeln. Hierbei werden die kurzen Haare aus einem Zopf entfernt, die für Echthaarperücken nicht geeignet sind. Beim anschließenden Melieren werden einzelne Zöpfe einer Farbe gemischt, damit die Haarfarbe der Perücke schön natürlich aussieht. Dann folgt der wichtigste Arbeitsschritt, das Knüpfen. Und du machst das jetzt alles mit diesem kleinen Minihaken, da wirklich Haarbüschel für Haarbüschel. Richtig, das ist extra eine Knüpfnadel. Damit kann ich die Haare aufnehmen, lass die nicht rausrutschen. Julia kann endlich zum ersten Mal ihre Perücke anprobieren. Die Perücke scheint zu gefallen. Matthias ist froh, dass er Julia helfen konnte. Mission erfüllt.